ja mal wieder zurück in der Bude von Luise ja und damit ein herzliches Volk kommen zurück zu weil die Tonie in GTA 4 Part äh so dieser Frau Leber die seht die die Episodes von Liberty City oder irgendwie so ähnlich so jedenfalls was können wir als nächstes tun ich glaube ich hab beim letzten Mal schon geguckt und zwar hier ist ein Burger ja, Tone, upsala Tony verfügbar keine Yusuf Mission, ja keine Yusuf Mission mehr in der letzten Folge haben wir ja mehr oder weniger eine Yusuf Mission gemacht obwohl das eigentlich von Tony war huch, was mach ich denn so ähm, wir haben aber den Hubschrauber bekommen von dem Yusuf ähm, ich leg mal genau, leg mal so ein bisschen weg hier und ich brauch jetzt auf jeden Fall ein Brumm Brumm huch, Desi? was für Desi Yo, D. There ain't been a disaster, has there? nothing like that I'm just thinking you could put in some hours at the Masonette make sure we're running things to your exacting standards I know you can handle it, bro but if you want me there I'll come back ja Club Management, oder wat? hier das schaffen wir eh nicht ne, komm kommt wir machen die Tony Mission dazu brauchen wir aber eine gute Auto, hä? Scheiße, da schon mal Polizei das heißt, is nix können klaue, hä? äh, sas du bitte oh ja, ein Würschchen wär schon mal gut hier, German Frankfurter Sausage nein, nein, nein nein alter, das war knapp Na, ich will ein Hotdog kaufen, verflucht danke lege schnell ein Hotdog reingedreht und schon geht es uns wieder besser wenn's doch wirklich mal so schnell gehen würde alter einfach ein Hotdog okay, hier müssen wir gar nicht die Scheibe oder sowas einschlagen ne, das ist mir zu halt an ich brauch dein Auto im Namen des Gesetzes genau, steig du aus, du Tante zack und Feuer yeah ey, die Kamera so komisch sind wir los hallo, Kamera ja schon, einfach besser äh, besser danke die letzte Folge war mit dem Hubschrauber und es lief doch relativ gut also für meine Verhältnisse bin ich doch recht zufrieden mit dem Umgang mit dem Heli ich wurde nicht abgeschossen es hat soweit alles ganz gut funktioniert ich bin doch so ein bisschen stolz auf mich ich hoffe ihr seid das auch so halbwegs wenn ihr die letzte Folge gesehen habt das hat schon wieder geruckelt Bus only naja, was soll's wow naja, wo alles na alter sind wir schon da? ne, Quatsch ach, als Maul man so wir müssen jetzt einfach mal rüberhähen wenn es lässig oh, macht wer denn da? Na, was zum Geier ist mit dir noch los, Junge? Ruckel! Mann, was ist denn hier schon noch los? Fällt sich hier wie so ein Raudi, das gibt's nicht. Ja, mein verdammtes Auto. Mann, das gibt's einfach nicht. So ein Raudi ist hier, das, Alter, das gibt's Arm einfach nicht. Yeah, einmal hier rum und du hast dein C erreicht. So, ich bin gespannt, was passiert. Was ist mit Gracie? Was ist mit Gracie? Sie haben Gracie, sie ist weg, Evan ist tot, wie Gracie? Fuck, Evan, wer hat Gracie? Ich weiß nicht. Was bist du mit Gracie? Wo ist sie? Einige Leute, die mit ihrem Vater, ich glaube. Ich weiß nicht. Hey, Gracie ist ziemlich schwer. Sie ist eine Prinzessin. Sie ist eine schwerinette Prinzessin. Sie haben sie verdammt. Ja, sie haben dich, ich und meine Familie zu beschäftigen. Du hast sie nie liebte, du hast sie nie liebte, du hast sie nie liebte. Das ist nicht wahr, ich liebte sie. Nein, du hast sie nicht. Ja, sie ist mein Liebkopf. Oh, und was machte dich so gut, huh? Wenn ich nicht für mich, dann würde ich sie verkaufen, in einer Strecke corner. Ich habe dich gemacht. Ja, und sie und Evan haben dich in eine Junkie gemacht. Okay? Ich meine, sie ist nicht eine schlechte Person. Okay, sie ist nicht ein schrecklicher Psychopath wie ich. Sie ist so hart. Ich weiß, ob du kannst die Akzent. Okay? Aber sie hat dich in eine Use-N-Soal-Kwene, zu wachsen, auf Blöden und Böden, zu erkennen, dass ihr Geschäft ist zu schicken. Ah, Drama Queen. Das tust du nicht. Das Ding ist nicht mal geladen, Wetten. Oh, okay, okay, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Geht auf. Geht auf, du olden Bastard. Oh. Let's go find Gracie, okay? Okay. Jesus Christ. Oh, shit, Luis. Jesus Christ. Mann, der ist ein absolutes Wrack, ey. Scheiße. Und schon ist er wieder topfit. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin in der Herkunft Ich bin eigentlich selten. Ich habe jetzt первый Tibetitz. Wir sind ein total Schwierigkeiten, ich wette bei mir CAM bare orgas recognise Alter, ich will hier durch. Aus dem Weg. Scheiße. Was hast du dir für einen Weg aus dem Weg, Echo? Gup. Was hast du, was hast du gesagt? Du bist von Dukes, nicht du? Ich versuche mich nicht zu vergessen. Okay, dann gehen wir da hin und machen was? Wir sind auf dem Weg und fragen sie, wo sie sind? Wir müssen sie folgen, sehen, ob sie uns interessiert haben. Okay, Mann. Wir hoffen für die beste. Wer weiß, was sie mit dieser Frau gemacht hat? Sie könnte jetzt sein, dass sie auf dem Weg aus dem Weg aus dem Weg. Oder sie könnte sein, dass sie ein Kind aus dem Weg aus dem Weg aus dem Weg aus dem Weg. Ich wünsche dir die Nase-Winning-Voiz an der Schmerz von Dukes aus dem Weg. Dukes hat meine Hände über die Schmerz von Dukes. Du bist richtig. Das könnte sein, dass... Ihr altes Mann sagte etwas interessantes zu mir, von dem Weg. Oh, ja? Was sagt er? Dass er uns für diese ganze Sache blämmt. Entweder wir sie zurück, oder wir sind tot. Das ist definitiv interessant. Wie hat er das in seinem Kopf bekommen? Ich weiß gar nicht die Frau. Es sind die Dämonen, Lowe. Rokosk hatte eine Worte mit dem Weg. Warte, Guido-Hajal-Gabrón. Scheiße! Ich habe nur eine Foto von Gracie aus den Kidnappern. Die Frau sieht nicht gut aus. Hey, wer weiß? Bounden-Gabrón? Es wäre vielleicht ein Schmerz von Guido-Hajal-Gabrón. Anyway, schau an die Brice. At least sie ist alive. Mann! Man sollte so ein bisschen die Stadt auch irgendwie genießen und vor allem auch mal kennenlernen. Weil dann findest du dich auch mal irgendwann... Alter, du Arschloch! Halt's Maul! Da findet man sich auch mal ein bisschen besser zurecht, wenn man die Stadt schon ein bisschen... Das Auto fährt nicht mehr! Das Auto fährt nicht mehr! Das Auto... Alter! Sag mal, geht's noch? Los, komm hier raus! Ach, scheiße! Ist irgendwo Polizei? Nein! Komm schon! Los! Raus da! Polizeiliche Angelegenheit! Das Auto ist beschlagnahmt! Ich habe Korjacked! Ich habe Korjacked! Na klar! Andere Musik bitte! Hier extra für Tony! Wo ist es denn? Hier! Glaube ich! Hä? Ich muss hier hoch? Hä? Wo soll ich denn hier hin? Oberhalb? Oh, die Karre kommt ja irgendeinig aus dem Arsch! So, nun! Da oben hin! Irgendwo hier! Ja, ja, komm! Ach, hier ist ein Landeplatz! Okay! Und nun! Aussteigen! Hui! Oh! Ähm! Okay, hier kommen wir drüber! Hier! Oh! Wir rufen! Na, das kommt Tone! Ha, auf geht's! Helikopter fliegen! Ich freue mich so! Ja, ey! Ich hasse Helikopter fliegen! Oh! Ah! 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 Was ich nur eine irreverent 원geist! Sie sind jetzt? Ja! Ich bin ganz ehrlich! Süssich! Jetzt habe ich dir,, das zu tun, dass ich selbst Called habe, es hat wird wieder deutlich deutlich hơn! cellentes! Wie soll ich escape das, Tone? Was? All die Scheisse abohne, ist es auf euch zu fahren! Wie soll ich ausgehen? Haben wir ein Plan aus? Ich weiß nicht! Wir können spielten dieLotterreihe, ein kleines Ponzi-Schema, ein paar schiefen Diamanten, und versuchen, sie zu essen zu Slotten! Oh, warte! Wir können das mal dieses, und es geht nicht ganz so gut! Fair genug! Du kannst auch einen Billionärs mit einem Jahr! ja auch in der Kuh sagt jetzt nicht wir müssen dem in den Porsche folgen oder was immer sein soll Oh, Verfolgungsjagd mit dem Heli. Habt ihr ne Macke? Alter, mann, die Kamera, die ist doch scheiße. Wo ist der hin? Da ist er. Ne, wo ist der hin? Fuck. Da ist er. Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Das liegt doch mal nach vorne, du kackt Ding. Boah, zieh hoch. Ja, genau wie ich. Ich kann auch nicht fliegen und so. Alter, dieses scheiß Ding. Mach nicht, was ich. Hallo, bleib doch mal vorne. Rann. Schau, aber wie? Alter, ich kriege die Krise, da ist er. Nein, nein, komm schon. Alter, wo ist denn der hin? Wo ist denn der hin? Ich seh'n nicht. Da vorne ist er das? Aber ich seh'n nichts. Alter, diese Steuerung. Mann, fliegt doch mal nach vorne. Alter. Wo ist denn der hin? Du hast die Mutlose... Boah, ich krieg die Krise, ey. Scheiß'n Dreck. Vor allem der fliegt ihn nach vorne, das gibt's doch nicht. Alter. Ja, ist ja gut. So, was hat er, wenn wir ihn verloren haben? Sie werden in eine Ransom-Demäne und das Salario pay up. Ich will dich bald, okay? Ja, see you soon. Boah, diese Hubschrauber-Scheiße, kotzt mich sowas von an. Wie dem auch sei, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von GTA 4 bei der... Geh Toni! Und vielleicht wird es diesmal besser klappen mit der Verfolgung. Wir werden sehen, alles klar. Dann haut mal rein, fahrt nicht bis auf den Auto und... Tschüssi... Scheiß'n Hubschrauber. Scheiße. Tschau! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017